Hallo, ich bin die Alexandra und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch so ein kleines, ja was ist es, eine Mischung aus Mini-Album, Flipbook und Karte. Man öffnet das so wie ein Flipbook und Flipbooks sind ja eigentlich dafür gemacht, um kleine Gegenstände zu tauschen, um sich kleinere Geschenke zu schicken. Das könntet ihr hier natürlich machen, wenn ihr möchtet, indem ihr hier noch Taschen und Laschen anbringt. So wie hier könnte man jetzt noch Briefumschlag drunter schieben, irgendwelche kleinen Sachen rein tun oder einfach auch Geld, wenn man es als Geldgeschenk nehmen möchte. Und hier in der Mitte ist noch eine Fotomatte, die man nehmen kann, entweder um jetzt hier persönliche Worte drauf zu schreiben, wenn ihr es als Karte nehmen wollt oder um auch Fotos aufzubringen. Man kann es wirklich vielseitig verwenden. Wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Ihr braucht dafür einen Bogen Designerpapier. Ich habe hier aus dem Blog Herbstimpressionen dieses Blatt genommen und werde jetzt für das zweite Album das mit den Eicheln hernehmen. Dann braucht ihr einen Bogen DIN A4 Farbkarton. Ich habe Vanille vorgenommen, weil das Designerpapier nicht weißgründig, sondern vanillegründig ist, also Cremefarben. Ihr braucht einen DIN A4 Bogen und der wird jetzt gefalzt bei 9,5 Zentimetern. Ich sage es jetzt mal in Zentimetern, die Inchmaße blende ich dann noch ein. Dann bei 9,7, bei 19,2, bei 19,4 und bei 28,9 wird das letzte Stück abgeschnitten. Dann das Papier einmal drehen und an der schmalen Seite einmal bei 16 Zentimetern falzen. Jetzt einmal alle Falzlinien nachziehen. Das ist ein bisschen friemelig an diesen schmalen Falzlinien, aber man braucht diese kleine Millimeterkante, um das hinterher ordentlich klappen zu können, wenn da noch ein Foto oder eine Matte drin ist. Sonst wird es zu eng. Jetzt werden die beiden Teile, rechts und links, einmal weggeschnitten. Ich benutze dafür die rechte Falz, die ein bisschen auf die rechte Seite zeigt und hier auf die linken. Ich habe ja hier zwei Falzlinien und nehme jeweils die. Diese kleinen Nähte schneide ich jetzt hier noch rein. So, dieser Millimeter. Hier einmal einschneiden und dann wird er einmal rumgeknickt. Das war eine sehr kleine Klebelasche, aber es macht die Tasche etwas, dass die einen kleinen Abstand hat hier und dadurch kann man hier hinterher besser noch eine Fotomatte reintun. Ich schräge das ein kleines bisschen an. Also, ich glaube, wenn ihr die Laschen hier abschneidet, es macht mehr Sinn, noch einen halben Zentimeter dran zu lassen, rechts und links. Dann habt ihr eine breitere Klebelasche. Und das habe ich bei meinem ersten Album auch so gemacht. Ist mir gerade aufgefallen. Es war dumm, das da wegzuschneiden. Aber gut, das wird schon funktionieren. So, jetzt könnt ihr die Grundform auch schon erkennen. Jetzt klebe ich mir auf die Vorderseite noch kein Designerpapier, sondern erstmal hier, hier, hier und hier hinten und auf die kleine Tasche das Papier. Ich habe alles aus einem Bogen Designerpapier ausgeschnitten. Man bekommt drei, vier Stücke und das etwas kürzere hier. Ich habe das aber hier so gemacht, dass ich jetzt nicht noch einen neuen Bogen angeschnitten habe, sondern ich habe mir einfach die restlichen Papiere, die restlichen Stückchen, die dann hier überbleiben, die habe ich mir ein bisschen hier zu einem Rahmen zurecht geschnitten. Oder habe zum Beispiel hier innen, das Stück hat nicht mehr ganz gepasst. Da habe ich oben und unten ein Stück geklebt und in die Mitte nochmal ein Stückchen von diesem übrig gebliebenen Papier. Also, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich nochmal einen neuen Bogen anschneiden und euch genau die Papiere passend machen. Mir war das aber zu schade, auch um all die kleinen Stücke. Und ich fummle mir das so ein bisschen zurecht, so wie es halt passt und klebe das jetzt auf. Und dabei kommt hinten unter das Designerpapier, bevor es aufgeklebt wird, wird noch hier ein Streifen für den Verschluss angeklebt. Dann nehme ich ein Stück von dem Papier, das hier unten übrig geblieben ist und das werde ich dann hier drunter kleben und umknicken. Ich schneide es mir ein bisschen schmaler. Das müsst ihr so nach Gefühl machen, wie es euch am besten gefällt und runde mir vorne die Ecken ab. Das klebe ich jetzt alles einmal zusammen und dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe die Seiten jetzt innen beklebt. Die Tasche und diese Innenseite hier unter dem Papier die Lasche angebracht. Und ich habe dieses Papier ein Stückchen größer gemacht, weil es die Rückseite ist, dass es komplett die Seite abdeckt. Und hier habe ich noch so ein bisschen die Kanten sichtbar gelassen, die Stücke etwas kleiner geschnitten. Ich werde euch die Maße aber auf meinem Blog alle aufschreiben. Wenn es jemand nachbasteln möchte, dann könnt ihr einfach in der Infobox schauen. Da verlinke ich euch den Blog und da könnt ihr dann nochmal drauf gehen und die Maße alle nachlesen. Ich werde die nicht alle einblenden diesmal, weil das einfach zu viel ist. Hier hat fast jedes Stück eine andere Größe. Jetzt kann mein Deckblatt darüber geklebt werden. Das werde ich aber vorher noch ein bisschen bearbeiten. Ich möchte das so machen, wie ich das bei diesem Album gemacht habe. Dafür habe ich mir das Stempel-Set Birthday Blossoms ausgesucht und habe mir hier den Stempel A Day All About You genommen, um damit so eine Art Hintergrund zu gestalten. Und mit dem Blütenstempel habe ich fünfmal diese Blüte aufgestempelt und mit der passenden Handstanze, die es dazu gibt, habe ich die ausgestanzt und damit dann in mehreren Lagen so eine Blüte gemacht. Dann noch das Blatt aufgestempelt und ausgeschnitten und habe dann so meinen Aufleger gestaltet. Ich rande jetzt noch ein bisschen die Kanten von meinem Aufleger und habe mich hier für gelb entschieden. Da das Designerpapier mit den Nüssen drauf auf der Rückseite, mit den Eicheln auf der Rückseite ja auch gelb ist und das Album innen auch gelb gestaltet ist. So, ich habe jetzt die kleine Blüte zusammengesetzt und meine Blätter ausgeschnitten. Außerdem habe ich mir einen kleinen Kreis ausgestanzt aus so einem Restchen, da will ich die Elemente gleich drauf zusammensetzen. Die Blüte bekommt jetzt noch eine Mitte mit diesen Glitzersteinen. Dann habe ich mir aus diesem Set, das ist neu aus dem Herbst-Winter-Katalog Metallic Schneeflocken, eine Schneeflocke in der Mitte durchgeschnitten. Und die klebe ich mir jetzt hier auf meinen Kreis. Also meine Blüte und setze mir da auch die Blätter noch mit runter. Jetzt muss das noch zusammengesetzt werden. Das Album hier ist jetzt auch fertig. Da Karte, wie auch immer. Ein kleines bisschen unterschiedlich. Hier habe ich jetzt ein Stückchen Jute-Band genommen und diese kleinen Holz-Teile sind aus so einer Box mit Holz-Azenten. Da sind so verschiedene drin mit zwei Seiten. Das blende ich euch auch ein. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die heißen. Auch hier habe ich Ihnen nochmal das dritte Blatt, das ich ausgestempelt hatte. Hier aus dem Designerpapier nochmal ein Motiv ausgeschnitten. Ich habe es schlicht gehalten, weil ich noch nicht weiß, wofür ich es verwenden werde. Ob da jetzt noch ein Umschlag reinkommt oder ob da Fotos reinkommen. Dann brauche ich den Platz und dekoriere das lieber hinterher noch ein bisschen. Auch hier könnte man jetzt natürlich noch so eine Fotomatte einsetzen mit dem Spruch. Aber das Verzieren macht ja sowieso immer jeder so, wie es ihm gefällt. Und ich habe deswegen diesmal auch die Maße wirklich nicht eingeblendet, weil ich einfach das Designerpapier so irgendwie wie es halt kam benutzt habe. Ich kann das aber gerne nochmal nachmessen für diejenigen, die genau wissen möchten, wie groß die Stücke waren. Und in der Infobox könnt ihr nachlesen, wo die Maße dann stehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020